Her Willkommen auf meinem Kanal, Marcel Duffes. Für eine neue Folge Minecraft Hardcore, sehr, sehr small. Ich habe heute als Ziel gesetzt, dass wir in den Nether, nee, nicht näher, sondern uns mal ein Zauber-Table holen. Das wäre so mein Ziel. Wir haben auch gleich rumzauern in unserer Höhle. Was haben wir gehabt? Ich habe mein Wasser aber vergessen. Ernsthaft, ich habe mein Wasser aber vergessen. Ernsthaft. Tadadadadam. Tadadadam. Tadadadam. Oh, ganz einfach ein Problem, Rilles. Oh! Oh! Bis zum nächsten Mal. So, let's go, come for me, mein Toad, eh, eh, hallo, nein, hallo, Minecraft, ich brauche Diaz, er gibt mir Diaz. So, wo sind meine schönen Diaz? Nein, das sind keine Diaz. Nur böse Zombies. Das ist so einst gehellet. So, der Budden ist jetzt mal drüber. Damit wir jetzt drüber kommen. Okay, jetzt finde ich es. Ich habe mal vorhin das gerade. Babysom. Boah, ich habe das nicht gerade. Echt ein bisschen zerstört. Schuss. Boah. Ich habe es warten. Ich bekomme hier Pfeile und Schüsse ab von irgendwo oben. Ich kann ja auch wo die Zombies auf einmal herkommen, die in die Gegenspringen. Kommen wir noch mehr? Hallo? Hilfe? Ja. Ich bin vor einer halben Stunde aufgewacht, Zombies. Könnt ihr euch nicht mal beruhigen? Bitte. Bitte, bitte. Nein. Oder? Nicht euer Ernst. Oh. Ich muss Kinschatz machen. Oh, Kackel. Okay, hoch. Ich bin zurück. Und da ist ja mein Gang runter. Ich fühle mich gerade ein bisschen blöd. Kann man das nachvollziehen? Wenn einfach auf dem Tier ist liegen. Ficks nicht. Ich war hier doch schon Oh ne Nein, da zoppelt mein Tier Komm hoch, komm Das darf ich nicht da runterlegen, gib ein Tier, oder? So, gib mein Tier, euer Zahn Tier ist, nice Mit dem Lass jetzt gar kein Tier So war's auch Oh, jetzt habe ich das Ziel, laber sie Schöne Enchanting Table So, So Mache ich erst mal Eine Tier-Spitzhacke Um erst mal ein bisschen abzubauen Für eine Spitzhacke, ja wahrscheinlich Für eine Ehm Sieh hier Von der Vorzeit uns für ein Schöne Enchanting Table Wurzauertisch Machen Sie Machen Sie Machen Sie Machen Sie Los. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, let's go and check mine. Ooh, you need to crack it, dude, that's true. I don't care. wahrscheinlich steht neben mir noch direkt einer wo bekomme ich am besten hoch mal schauen wir mal dort durch ja nein der kommt wieder zum hau ab hau ab hau ab wo muss ich denn ich musste noch lieber 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 noch die ist freundlich dann nicht alle freunde in wir da Wow, schaut's kaputt aus. Willst du helfen? Schau mal drauf. So, ich schau's. Und, oh, 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 oh. Natürlich nicht, so, wir machen natürlich Strings, so wie es sich gehört. Jetzt mach ich mir noch was. So. Ähm, ist ja egal. Ich hab noch ein paar Papier. Haben wir hier auch irgendwo Zuckerrohr angepflanzt? Natürlich hab ich Zuckerrohr. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hab ich immer so was gefühlt, ich mit dem, ich mit dem, ich mit dem, ich mit dem gecraftet hab. Bro, alles gut. Alles gut, alles gut. Alles gut, mitteischer Kollege, du stehst da neben mir und guckst mich an, ob... Ähm, ich bau den nicht einfach mal da her. Weil ich grad eigentlich einfach keine andere Möglichkeit hab, wo ich hinzutun gerade. Okay. Nee, nee. Warum hast du vier Amorals? Ähm, ähm. Warum fehlt der Eier da? Nicht verbaut, super. Weil der könnte noch weg, sonst muss ich nicht haben. Sonst sind sie ja vier Cent. Headline, ne? So. So, das ist ja mein so. Kann man sich so verschönern, warte mal. Irgendwas zum Verschönern überhaupt. Ähm. Ist auch schon, hab ich halt nicht mal was zum Verschönern. Ähm. Wo hab ich's gemacht? Oh. Wo hab ich's gemacht? Oh. Wo mach ich mal meine... Die Koppel machen meine Achse, äh, auf Effizienz 1. Und der Spielzeug auch auf Effizienz 1. Ne, ach, Detail und Effizienz. Das ist auch gut. Da kann ich später ein bisschen mehr besser farmen. Und farmen ist halt auch sehr wichtig in Minecraft, also... Kann man sich darüber ja nicht beschweren, oder? Wie sagt ihr? Setzst du mal. Bisschen schneller. Wow. Bisschen schneller oder nicht, kann ich schneller arbeiten voran. Bisschen eher interessant, aber ich find ich auch... In der Zeit, die du machen musst, mehr, egal. Sparen muss. Ach so. Doch für euch auch. Doch gut, oder? Gibt's doch zu. So. Jo, hallo. Setzlinge. Da hab ich ihn gesehen, oder? Ich will nicht. Du sollst noch nicht setzen. Nö, nicht. Der ist Mara da hinten. Ich würd sagen. Wann mach jetzt. Nein, doch, doch. Wann mach jetzt da halt... Nein, doch, doch. Ich renne jetzt um eine Runde, dann... Ich würd sagen, und... die drofen noch den Mauch. Ach, nee, die geben doch einen Start. So? Nee. Und zwar, beenden wir die Folge, mit einmal angeln. Angeln ist wichtig, deswegen beenden wir die Folge so. und ich hoffe euch gefällt das video hatte spaß mit dem video würde mich über eine bewertung ob kritik oder was gutes in den kommentaren also ihr könnt mir gerne sachen schreiben was euch stört und was euch gefällt nehmt gerne verbesserung wünsche an und würde mich über ein follow und ein like freuen und ich würde sagen das war's mit dem video wir jetzt haben wir die nächste video tschau later